so 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 Licht. Ach du Scheiße. Weg hier, 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 weg hier. Napal-Canona? Interessant. Dann nehmt mit, dann nehmt, was lassen wir mal hier? Napal-Canona. Ja, komm. Wir gehen mal ein paar Leute lassen. So, ah, der hätte hier auch reingehen können. Oh, Mensch. Halt da den Rand. Hier ist es jetzt ruhig. Da kommt noch einer. Hallo. So, hier ist es jetzt ruhig. Kommt noch einer. Kommt. Ich sollte dieses schlimme Wort nicht mehr sagen, weil jedes Mal, wenn ich es sage, kommt noch genau einer. So. Oh, duul. Oh, duul. und der wasch tot und jetzt hauptsächlich die Treffen die Kopie in den Schnellstmöglichen aus die Marken die Besatzung ist düster werbüttig Kippen Ja, dann kippen wir das mal. So, Randale. Geht's hier weiter? Ich fuhre damit nicht ab. Ist egal. Geh mir hier lang. Scheiße. Die werden hier irgendwo sein. Ich versuch's mal hier mit. Hier werden noch irgendwo ein paar Bösewichter sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich hab's schon zwei gesehen. Ich hab's schon mal hier. 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 So, jetzt muss ich da runter, oder was? Ich hab's schon mal hier. 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 Oh, ich hab's schon mal hier. Ich hab's schon mal hier. hier für feinde habe vereingebohrt erreichen sie den apc ich bin einfach nur hier raus so entsteht ja gut mich nicht sehen dadurch aber ich müsste es auch kaputt schießen schade wenn es witzig geworden ich beobachte die ich dachte ich kann jetzt hier am computer rumspielen denn auch der ist ein globus festgenagelt und hier ist schon wieder eine schießerei im gange ach dass der apc der hier schießt ja ich habe ja genug gespielt ist klar ja ich will überleben snakefest ist tot getötet von einem glücklicher ab attentäter also nennen sich die seite richtiger name war terry hillford ein mitarbeiter von chenevieve astrid an dem projekt habe bevor er starb drängte er sie nach istland zu gehen und dort den tele tele ist die netzischen verstecker zu benutzen um einmal zu zerstören wir sollen jetzt also einmal zerstören und versuche es so einfach wie möglich zu erklären sergeant beckert genevieve aristide hat im krankenhaushand bei echte gemeinheiten mit ihnen veranstaltet zuerst gene spleißen um sie mit alma zu verbinden dann hat aristide sie in die tele-ästhetische anpassungskammer gelockt und die verbindung verstärkt daher weiß Alma von ihnen und sie sind völlig aufgeschmissen wenn sie sie nicht zerstören was sonst zu dem tele-ästhetischen verstärker auf still island führt sie sind psychisch zu schwach um einmal widerstehen zu können also werden wir sie an ein gerät stopseln das ihre gehirnwellen hochjubelt leider ist das einzige gerät mit genügend saft dafür auf still island in einem alten nuklearreaktor versteckt ahja ich glaube dass dieser verstärker sie theoretisch stark genug machen kann um Alma in einem mentalen kampf zu besiegen ich sage theoretisch da die daten zu Alma keine klare aussage zu diesem punkt zu lassen aber es erhöht die chancen dass es Alma trifft und nicht sie wenn ein Kopf explodiert und genau das wollen wir klingt ziemlich einfach verstärker finden stärker anschließen scheitere umgehen und einmal bei einmal ahja nach still island ich dachte der reaktor wurde vor 30 oder 40 Jahren geschlossen und danach hat armecam übernommen ahja die daten von snakefist ist dort das hauptesgelände von project origin wie weit noch mani 15 minuten bei freier Bahn oh guck mal fünf stunden hier rumschild wo kommst du denn her wo kommst du denn her oh Manny was ist denn da los sorry lieutenant ich glaub wir sind ja nicht in die scheiße geraten ja toll äh wehre und feinde die unsere Position anbleiben sehen aus wie Trintikas und die sind sauer blöck sich blöck blöck steu blöck etwas egal ein und w Strasse einsteigen ja toll hält wird über hoch ich muss uns geschützt sehr gut und hoch